good morning in the morning und willkommen zum erneuten let's play mit mir der ente und ich mache mir direkt einen kaffee ja das update ist jetzt seit ein paar minuten da und wir gucken es uns an auch wenn wir schon ein bisschen schockiert sind guck mal haben sie die katzen emoji reingemacht was so ein bisschen und ja so fühle ich mich auch auf jeden fall wir werden uns heute jetzt alles ein bisschen angucken ich habe echt ungelogen habe ich hier gewartet dass es jetzt endlich kommt und jetzt ist es da und ich sehe die knöpfe und ich denke mir nein das ist nicht mein heyday ne möchte ich nicht interessiert mich nicht das möchte ich nicht möchte keine keine youtube link das interessiert mich nicht so wir gucken hier rein und ja ohne witz seht ihr diese knöpfe wenn man das bewegt wie die sehen irgendwie nein nein es gefällt mir überhaupt nicht also muss ich einfach direkt mal sagen es gefällt mir überhaupt nicht aber wir werden direkt mal was holen ich habe extra gewartet mit dem abholen weil ich hoffe dass wir eine neue deko kriegen ich hoffe einfach so dass ich jetzt den kaffee anmache und ich hoffe einfach dass wir eine neue deko bekommen wenn wir hier mischen ich habe extra gewartet mal gucken nein 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 also ich halte mal die zwei sachen fest das auch wir werden jetzt nochmal mischen einfach in der hoffnung einfach in der hoffnung ignoriert die die kaffeemaschine ignoriert sie da läuft gar keine kaffeemaschine boah ey wir mischen nochmal ich werde hier komplett gescammt ich werde ich ne komm ich mich jetzt nicht nochmal das ist doch albern das ist doch albern so belohnungen abholen und ich habe noch was extra nicht abgeholt und zwar wartet ich habe extra noch etwas nicht abgeholt weil ich hoffe dass ich da auch eine neue deko kriege wobei hier hat es ja gerade super geklappt also super überhaupt nicht und zwar da so entweder kriegen jetzt gar keine dekos mehr weil sie die deko wahrscheinlichkeit zurückgesetzt haben oder wir kriegen jetzt eine neue deko bitte ja wow oh das war es schon okay sonst konnten wir ja immer viermal jetzt können wir nur noch zweimal okay oh nein hey bitte habt das nicht irgendwie mit jedem update kommt irgendwie was hey bitte 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 ich hoffe nicht dass sie es weggemacht haben dass ich das viermal angucken kann weil eigentlich auch den drehbutton haben die anders gemacht das sieht alles mir so aufgesetzt auf das andere war so schön im spiel und das ist so seht ihr das ist so wie so eine maske drauf gesetzt also ist geschmackssache wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich ein paar leute die auf jeden fall sagen wow richtig cool aber nee also mir gefällt es überhaupt nicht ich bin ich bin ehrlich gesagt ah ok granatapfel war ein baum ne weil ist der granatapfel neu ja den pflanzen wir jetzt auch mal wobei ich sagen muss noch mehr bäume wo sollen die ganzen bäume hin wo sollen die ganzen bäume hin ganzen maschinen hast du nicht gesehen okay werden jetzt mal gucken ah ja pelikane gibt es auch also jetzt gibt es hier schon ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf tiere die zusätzlich auch noch dann hier rum rennen und elf mal musst du da so futter rein ziehen dann noch mal raus gehen und noch mal drauf gehen damit du pfeifen kannst ja kann man machen kann man machen ich will jetzt auch nicht nur negativ reden ne also ich gar nicht in meiner das ist gar nicht meine intention ich will auf jeden fall auch so ein bisschen was gutes sagen eigentlich die dekos da wollte ich was gutes sagen aber ich habe jetzt keine bekommen deswegen kann ich da eigentlich auch nichts gutes sagen ansonsten was haben eigentlich kleine spieler jetzt von diesem update die haben auf jeden fall dass wenn sie drei monate nicht spielen ein vorteil ansonsten ja was haben die eigentlich granat apfel bäume sind ja für ein sehr hohes level dann die maschine die wir uns jetzt mal kurz kaufen wo stelle ich die hin ich stelle die da ne die meisten spieler so 50 40 30 60 und was haben die eigentlich jetzt von von diesem update da wurden ja diese sneak peeks gemacht und es wurde wieder so gehypt so hey wir verändern alles das wird ein komplett neues spielerlebnis und im endeffekt habt ihr eine neue maschine die ihr nicht benutzt also die ihr noch nicht holen könnt also ich rede jetzt von denen die noch unter dem level sind neue bäume die ihr nicht holen könnt produkte die ihr auch nicht herstellen könnt ein neues aufgesetztes layout also hier dieses layout wo man sich darüber streiten kann ob einem das gefällt oder halt nicht ne also da kann man sich drüber vielleicht streiten für mich ist es so ein bisschen ne neue decos in den wettbewerben okay und auch hier bei dem ticket okay das ist ganz cool aber wenn man das ticket jetzt nur noch zweimal abholen kann ist es ja auch eine verschlechterung wieder sonst konnte ich nämlich viermal abholen jetzt konnte ich gerade nur zweimal abholen vielleicht ist doch nur ein fehler kurz gewesen tagesbelohnung das ist für jeden was ne ähm das ist natürlich gut das ist gut ja tagesbelohnung dass man sich jetzt ein videoclip angucken kann für noch eine tagesbelohnung finde ich wiederum ein bisschen cringe weil das ist unnötig dass dieses schöne spiel mit werbung voll zu ballern unnötig wirklich unnötig noch mehr angebote dann ganz neu auch genau wartet mal ja ja weiß ich nicht ich fand's ich mochte es wie es vorher war so und jetzt hast du halt da muss man sich dran gewöhnen oh ne jetzt hast du halt jetzt kannst du dir einen videoclip angucken und hast es dafür dann ich glaube 50 prozent schneller ach nein 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 äh okay da habe ich die deko bekommen glaube ich äh nein 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 finde ich nicht gut so was haben wir hier bearbeitungsmodus und einstellungen bearbeitungsmodus da soll ja auch irgendwas äh anders sein jetzt gucken mal rein oh lädt auf jeden fall sehr viel schneller glaube ich das ist schon mal gut lädt glaube ich relativ schnell schade dass hier nicht drei dinge aufgehen hier muss man immer noch eins ja das ist humbug 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 guck mal ich kann hier drei drei sachen sehen wenn ich deko mein gott wie lange soll ich hier durchblättern gerade im baumodus brauche ich diese dreieransicht ist doch ganz logisch ne also das ist auch humbug aber ich glaube ah ne jetzt lädt es auch ein bisschen länger aber schneller als vorher auf jeden fall schneller das haben sie auf jeden fall besser hingekriegt ich gucke mir mal die ansicht hier an ja ein bisschen anders auf jeden fall ein bisschen größer ein bisschen komischer ähm was haben sie noch neu gemacht also eigentlich für die kleinen Spieler nichts die hätten ein neues Tal machen können im Prinzip ist das Tal ja immer gleich außer dass es einmal Hühner sammelt und einmal Tiere ja ein Huhn ist auch ein Tier ich weiß aber da hätten sie was Neues machen können komplett neu dass das Tal komplett anders aussieht und eine ganz andere Art und Weise dass es wechselt von Monat zu Monat das hätte man machen können das wäre was für jeden gewesen dann das mit den Leuchtturmen das fanden manche cool ne so Details hier einfach machen wirklich das das was ist achso das Haus oh Gott da unten das Haus okay ähm so Sachen einfach ne sowas brauchen wir aber nicht noch mehr Maschinen und dies und das und vor allem hä was ist denn jetzt los äh okay okay ich gehe jetzt nochmal in den anderen Bereich nochmal dahin okay schade hätte ja sein können so Zeitung ist auch noch alles gleich Zeitung könnte man auf jeden Fall auch bearbeiten irgendwie dass man ähm mehr Sachen sieht so wie beim Tablet das wäre auf jeden Fall ganz cool guck mal das Kreuz ist abgeschnitten da oben zur Hälfte auch ein bisschen schlecht hätte man schon anpassen können dann wenn ich da drauf gehe okay ja ist alles noch gleich tja was ach ja oh mein Gott ja stimmt oh man oh man oh man ey das ist so demotivierend ey ich schaffe es halt niemals im Leben werde ich es schaffen hier alles frei zu spielen ey das ist so wow wow und natürlich alles mit diesen Chlorollen wow das ist das ist krass also das ist wirklich demotivierend weiß ich nicht ob ich jemals in meinem Leben fertig werde damit ich meine bevor ich fertig werde machen die einfach dann nochmal wieder neue Dinge also und nochmal und nochmal und nochmal ah das wird ganz schön negativ das Video eigentlich ne also ich bin wirklich jetzt am gucken was gibt es cooles für die Spieler also ich denke da zum Beispiel an meine Frau die ist Level 60 glaube ich was hat die jetzt von diesem Update was außer dass die demotiviert ist dass jetzt noch mehr Bereiche da sind außer dass eine Maschine die sich nutzen kann Bäume die sich nutzen kann Produkte die sich nicht nutzen kann äh veränderte Oberfläche die sie nutzen muss muss ne ähm warte guck mal hier rein hier ist nix neu na Mist wieso kann ich ah doch kann nochmal drehen ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen Leute 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 na und vier Kerzen ok jetzt gehen wir mal in die Stadt und in der Stadt ach das ist auch neu da dieses so ne guck mal jetzt hast du da oben links das stört ein bisschen da war ja vorher freier Bildschirm ne also mich stört das ein bisschen da oben das hier ja stört mich wirklich also hm weiß ich nicht ja Chat ist ok das das ist ok ne Chat ist halt wie wie immer das ist ok dann Tiere die wirklich wahrscheinlich also die Leute müssen noch so so viele Tiere freischalten und dann sind jetzt schon wieder neue Tiere hier die Erdmännchen holla die Waldfee holla die Waldfee holla holla also bitte schreibt mal eure Meinung zu dem Update ich bin mir sicher dass es auch Leute gibt die das richtig hardcore feiern die sagen wow dieses Update ist einfach nur bombenmäßig genial endlich eine neue Maschine endlich neue Bäume endlich neue Produkte ich glaube Tee gibt es zum Beispiel neu ne oh oh wartet mal mein Handy geht ich muss mal eben so da bin ich zurück ei 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 so es gibt einen neuen Tee wow Tee äh Granatapfel Tee hm ja dafür brauchen wir natürlich Teeblätter wie immer und einen Granatapfel na gut naja dann was gab es noch neu ich habe ich habe es ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm ich könnte mir vorstellen Marmelade nö Marmelade nicht irgendwelche Granatapfelsachen gibt es halt neu ich blicke hier eh nicht mehr durch das ist mir alles viel zu viel geworden das ist mir alles viel zu unübersichtlich ich hätte wirklich gerne Sachen die für jeden was sind wo sich jeder drüber freuen kann und zwar nicht so ein Quatsch der einem nur Geld kostet so wie dieses Update damals sondern tatsächlich vielleicht neue Derby Ideen ähm neue Tal Ideen mein Gott die haben dieses Tal erschaffen und es ist so cool und sie fangen nichts mehr damit an lassen es irgendwie links liegen da warum da kann man doch coole Welten machen vielleicht auch mal ne es kommt doch jetzt äh Ostern warum haben die nicht ne coole Osterwelt da gemacht und wo man vielleicht statt Tiere Ostereier einsammelt und die bringt man dann in ne Werkstatt die muss man da anmalen lassen oder was weiß ich es gibt so viele coole Ideen die man machen könnte für alle Spieler ne also oder wo man zu Weihnachten auf den Mond auf den Weihnachts äh Dings und dann so richtig coole Sachen halt eben Tal nö nö da rege ich mich auf wirklich oder halt den Angelbereich da irgendwas ich meine ach ja aber wer hat denn was jetzt davon die großen Spieler die schreiben bei mir und das Video alle dass sie die blöde Maschine gar nicht haben wollen und die Produkte auch nicht und den Baum auch nicht so wer hat denn jetzt eigentlich was von diesem Update wer freut sich denn jetzt hier überhaupt über diese Sachen das würde mich mal interessieren wer sitzt denn da bei Supercell und sagt boah das ist das was die Leute wollen das ist die beste Idee wir werden jetzt einfach mal das Aussehen verändern was wir jetzt schon seit so und so vier Jahren haben also wisst ihr was cool wäre was Community Arbeit wäre wenn die ein Screenshot von diesem oder ein Kurzvideo von diesem Layout und daneben das Standard Layout hätten und dann eine Umfrage gestartet hätten auf Facebook auf Facebook sind die sehr groß dann sind die eine riesen Reichweite oder auf Instagram und dann oder im Spiel warum denn nicht im Spiel und dass die Community abstimmen kann dann können die sagen hey es haben 90% der Spieler abgestimmt dass die ein neues Layout haben wollen so dann wäre doch super dann wäre doch gut aber was wenn 90% abgestimmt hätten nee also darauf können wir verzichten das wollen wir nicht wir wollen bitte unser Spiel beibehalten ja das wird nicht gemacht ich habe mich genug aufgeregt ich habe jetzt extra gewartet damit ich ein Video machen kann leider nur negativ das tut mir wirklich leid ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel wie gesagt nehmt es nicht so ernst im Endeffekt das sieht so schrecklich aus im Endeffekt ist das nur eine Meinung und ich bin irgendein komischer Typ der am Handy spielt wo es auch keinen juckt eigentlich wenn ich ja wenn ich sowas sage also ja wenn ihr eine andere Meinung habt kein Problem also die schlimmste Änderung ist wirklich das mit diesen drei Monaten inaktiv also das ist wirklich das ist wirklich das ist das Schlimmste überhaupt so OP die Belohnungen klar es hat jemand bei mir drunter geschrieben super langen Text der auch gute Gründe genannt hat dass es okay ist und gut ist und dass es nicht so schlimm ist wobei man dazu sagen muss er ist ein extremes Beispiel der sehr sehr aktiv spielt sehr sehr aktiv und für ihn macht es dann wahrscheinlich auch keinen oh ne das ist aber doof ey ich wollte jetzt eigentlich hier ja jetzt bleibt es offen normalerweise tippe ich einmal drauf dann sehe ich wie viel ich habe und dann gehe ich auf nächste und jetzt bleibt es aber hier auf also das ist auch eher kontraproduktiv also da oh ne also das fühle ich überhaupt nicht das Update überhaupt nicht noch weniger als das letzte und noch weniger als das letzte letzte ja schrecklich naja hier ist auf jeden Fall immer noch freie Meinung zugelassen ich stehe hier unter keinen ähm ja ich muss hier nicht irgendwie eine positive Meinung vertreten oder so äh bin weder Supercell-Partner noch sonst irgendwas kann hier ganz frei sagen was ich davon halte und ich finde es wirklich schrecklich und ich bin fest der Meinung dass die meisten von euch das hier auch schrecklich finden wie gesagt lasst uns gerne drüber diskutieren wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play was wieder ohne meckern ist hoffentlich aber hoffentlich weil dann habe ich mich wahrscheinlich schon ein bisschen daran gewöhnt an an das Grauen hier das ist wirklich ne dieses das ist so richtig aufgesetzt dieses das hebt sich so krass vom Spiel ab und das andere war so wisst ihr wie ich das meine das andere war so schön eingebettet irgendwie das ist verschmolzen mit dem Spiel und das hier ist so richtig ne das gefällt mir überhaupt nicht oh Gottes Willen was für eine Enttäuschung und mir tun halt die kleinen Spieler leid also das heißt kleine Spieler mit Level 60 bist du eigentlich kein kleiner Spieler sondern normaler Spieler und die tun mir einfach leid dass die gar nichts haben so die kriegen irgendwelche Sneak Peaks irgendwelche Update Videos die ganze Woche über präsentiert und wow und oh und ah und oh und am Ende kriegen sie gar nichts so am Ende sagen die da nix das ist schon ein bisschen frech irgendwie also deswegen mir tun die kleinen Spieler leid oder die normalen Spieler halt die sich vielleicht sogar über eine Maschine gefreut hätten oder über irgendwas Neues im Endeffekt ist jetzt ein Update die kommen wo sie nix haben außer halt wenn sie drei Monate nicht spielen so ich bin raus tschüss tschüss